Marius sein Name, STK das Spiel. Es gibt immer Neues, mal wenig und mal viel. Und zwar habe ich jetzt bei meinem Windows 10 meinen klassischen Rechner hier, bei meinem Haupt-PC, eingestellt, dass die Taskleister automatisch ausgeblendet wird. Ich dachte mir, irgendwie versuche ich das mal und ich bin tatsächlich ein Fan jetzt davon geworden. Also würde mich interessieren, ob ihr sowas auch aktiviert habt oder ob ihr überhaupt davon wusstet, dass es geht und was ihr dazu sagt. Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar zu dem Video, was ich mit BlueSpring gemeinsam gemacht habe, das Crunchyroll-Video. Und zwar hat Crunchyroll die Kommentarfunktion entfernt, man kann keine Kommentare schreiben und alle bestehenden Kommentare sind auch weg. Und deswegen haben BlueSpring und ich quasi ein Tribute-Video gemacht, was verdammt nochmal gut ankommt. Vielen Dank für alle, die es angeschaut haben, ich freue mich wirklich, das ist so ein Herzensvideo gewesen und ich feiere es wirklich und ihr anscheinend auch. Das freut mich sehr. Dann, was auch schon länger läuft, fast sogar schon zu Ende ist, ist das Resident Evil 2 Remake Let's Play von Hübschschrauber. Und ja, das empfehle ich auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr jetzt anfangt zu schauen, dann denke ich mal, seid ihr ganz gut im Flow. Und das Spiel ist ziemlich spannend und ich finde es vor allem spannend, weil ich ja die Resident Evil Map quasi kenne aus der Bad Daylight. Und das jetzt in Resident Evil 2 zu sehen, das ist ja quasi genau diese Map und ich kenne sie aus TT auch, Resi 2. Da gibt es auch eine Map und es ist irgendwie cool, dass es diese Map, die so häufig gibt, weil die ja schon ein bisschen iconic ist, diese Raccoon-Police-Station. Das ist schon wirklich nice. Und da kommen immer so Flashbacks hoch, wenn ich das Let's Play von Hübschschrauber bzw. Hübschschrauber bzw. Hübschschrauber schaue. Dann kommen wir jetzt zum sportlichen Teil und zwar zum Xletics. Und das ist ein, ja, ich habe hier ein Band, weil ich mitgemacht habe und auch ins Ziel gekommen bin. Ich habe ein T-Shirt gehabt oder habe ich, mit dem ich, das seht ihr wahrscheinlich schon später auf einem Bild, das war ein bisschen grünlicher und das hat man gekriegt, wenn man es geschafft hat. Und ich habe die 6 Kilometer Runde gemacht, aber es war trotzdem sehr wild, wir sind durch Schlamme getaucht, durch Eiswasser, musste durch Schlamm sich durchkämpfen, unter Stacheldrahten, musste durch den See schwimmen, Trampolin ins Wasser springen, balancieren, Wände hochklettern, mit Teamarbeit, musste Leute durch die Gegend tragen usw. Das war wirklich eine coole Sache und hier sind meine Favoritenbilder, einmal da, wo ich tauche und einmal, wo mein Bruder hat gesagt, ich habe einfach alles ausgerotzt. Ist natürlich nicht der Fall, aber es sieht lustig aus, muss ich sagen. Danach bin ich direkt zu Blue Spring gefahren und dann sind wir direkt zum U-Topia gefahren, das ist ein kleines Festival, was veranstaltet wird von unter anderem Hübi. Und da waren einige Content-Creator da, ich kann mal ein paar aufzählen, Hübi selbst natürlich, David, Zeo, gute Laune-Typ, Sephiron, wen hätten wir noch alles, so, Germi war da, Baumide ist ja der gute Manager von Zeo, soweit ich weiß. Und mit dem habe ich ja damals schon mal ein Video gemacht, so iconic ist dieses Video. Ja, es waren auf jeden Fall einige Leute da und ich habe einen von deinen Song getroffen, das fand ich so random, das ich sehr, sehr lustig fand. Und natürlich bei Blue Spring-Dorten und ich habe das erste Mal Lieber-Teil getroffen, hey, und da, Elie war auch da, war ich einen ganz entschuldigen Abend. Aber ich war halt fix und alles, den konnte ich leider nicht so sehr genießen. Leider, ja, vielleicht geht es nächstes Jahr besser, mal gucken. Komm, 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 komm auf jeden Fall, komm, komm. Komm, komm, komm auf jeden Fall, komm, komm auf jeden Fall, 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 Die Welt ist jeden Tag! Let's go! Mensch, die wollte ich ja jemand nach Hause nehmen, was? Hätte ich auf die E-Mail. Vielen Dank! Ich wünsche euch noch viel Spaß auf die E-Mail. Vielen Dank, dass ihr da seid. Dann kommen wir noch zu dem Thema zur DVD und zwar ist es Lara Croft im Game und ich habe mitgekriegt, dass sich viele Leute darüber hören und sagen, hey, die passt da gar nicht rein und Lara Croft hat gar nichts mit Horror zu tun. Nun denke ich mir, erstens stimmt das nicht so ganz, weil die Lara Croft, die Tomb Raider-Spiele jetzt nicht so, also die haben auch ab und zu ein bisschen Horror-Elemente. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass die Leute sagen, uh, Lara Croft ist kein Horror, aber DVD ist Horror. Es sind dieselben Leute, die sagen, Dead Bad Dead ist kein Horrorspiel und auf dem Papier ist es ein Horrorspiel. Ein Horrorspiel muss nicht gruselig, muss nicht erschreckend sein. Ich meine, ein Horrorspiel, ja, es ist ein Horrorspiel, wo du einfach Leute zusammen, äh, totschlägst, sie auf einen Haken hängst und davon hin, dass sie überleben. Und diese grausame Art ist quasi das Horror an dem Ganzen und nicht jetzt der Gruselfaktor. Ich meine, ein Saw ist in meinen Augen überhaupt nicht gruselig. Der erste Saw-Film zum Beispiel hat einen Chump-Scam, der Rest ist halt einfach nur, ja, eklig. Und ja, deswegen verstehe ich nicht, warum Leute sagen, oh, Saw, bester Horrorfilm, aber sagen, DVD ist kein Horrorspiel. Also, das sehe ich irgendwie gar nicht. Also, ich finde, DVD ist ein Horrorspiel, zwar kein gruseliges, früher war es gruseliger, klar. Aber, ganz ehrlich, so, Lara Croft passt da trotzdem rein und ich finde es sehr, sehr cool, dass sie da ist, weil Lara Croft ja schon so ein bisschen so eine, äh, ja, Ikone ist, muss man sagen, hier in der Videospiele. Wir fahren in den Videospielen einfach an sich, ne. Komm, weiter, gute Letze, dann noch zum B2Run. Das ist ein Lauf gewesen nach dem Olympiapark, da war ich oben in meiner Firma dort und hier habe ich eine schöne, um Gottes Willen, ich schmeiße hier einfach alles runter, ey. Ähm, ich habe hier eine schöne Medaille gekriegt, da steht dann drauf, B2Run, wenn ich vor meinem Gesicht halte, und das ist scharf hier, ich glaube, das wird nicht scharf. B2Run 2024, ich finde, das steht da drauf. Auf jeden Fall, ja, bin ich happy, dass ich es geschafft habe. Meine Zeit war, kann ich auch einblenden, war jetzt nicht wirklich schnell, aber ich dachte mir, hey, ich will einfach ins Ziel kommen und es hat geklappt. Mein Ziel war es, äh, ja, unter einer Stunde. Fünf Kilometer ist unter einer Stunde, glaube ich, eine ganze Zeit, so die Zeit. Nein, ähm, hat gepasst und, ja, hat Spaß gemacht und hier seht ihr noch kurz mein Finisher-Video, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal, ich glaube, es ist nicht sehen, wie ich heute ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020